So, da sind wir wieder, Episode 10. Wir sind gerade dabei, dieses Ufo hier zu bergen. Beziehungsweise das zu versuchen. Ein paar schicken wir nochmal raus hier. Hallo? Geht's noch? Du Arschkrampe. Wo ist der Sack? Hallo? Wo stehst du? Du Pisser. Ich hasse sowas, echt? Da ist er. Schnapp ihn dir, 19. Komm. Ach, noch die Mauer, du Sack. Den Alien. Du kannst gar nix. Du bist ein Penner, bist du. Versuch du's mal bitte. Keine Visierlinie. Ja, wie üblich. Dankeschön. Siehst du, so wird das gemacht. Der stand noch weiter weg als du, Depp. Egal. Sorry. Der Rechner muss der Meinung wieder lecken zu müssen. Oh, ja, ist gut. Mein Gott, dieses blöde Festplattengeratter immer. Ja, komm wieder runter, Mann. Boah, da werde ich echt zum Tier bei sowas. Echt. Okay. Du gehst auch mal hier lang. Und Utu nähert sich von da. Du gehst auch mit da lang. Wir kommen von beiden Seiten. Habe ich mir so gedacht. Und die Zehen auch noch mal mit raus. Ganz vorsichtig. Die 20 hinterher. Mal da hin. So. Vorsichtig vor. Du auch? Wie gehen wir am schlauesten vor? Ich würde es nicht wundern, wenn hier in dem Gebäude noch welche sind. Du kommst auch mal mit hier rum. Ich würde sagen, irgendwen müssen wir wieder zum Suizidbomber ernennen. Der da reingeht. Weil das Problem ist, der kann ja immer nicht werfen von hier. Das ist ja immer das Blöde an der ganzen Geschichte. So. 2.50 kommt auch mal nach. So, ich... Mach mal ne Granate fertig. Für die nächste Runde. Und Uppu guckt sich hier drin mal um. So, und die 10. So, jetzt gibt's wieder Feuerhagel. Komm, bitte werf das Ding. Ich verstehe das nicht, warum wir das nicht werfen. Egal, viel Spaß damit erstmal. Das hat doch gut geklappt. Die haben wir erledigt, die Bengel. Uppu, jetzt bitte nicht sterben. Bis jetzt lief's gut. So. Werfen bitte. Und weg. Jawoll. Das war's aber immer noch nicht. Haben wir nur den einen erwischt? Oi, 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 oi. Die Spannung steigt. Da ist der Pisser. Wieso hast du nicht geschossen, Kollege? Wieso hast du nicht geschossen? Jetzt kein Reaktionsfeuer, bitte. Entschuldigung, Uppu. Ich konnte nix dafür. Ich konnte nix machen. Hauf ihn dir. Danke. Aschloch. Der spaziert da munter hin und her und die schießen nicht. So, jetzt aber. War's das? Jawoll. Die Aliens sind geschlagen. Die kleine Ratten. Und wir kriegen sogar mal vernünftig Punkte. Sehr schön. Zwei Leute sind von uns draufgegangen. Einer davon, leider Uppu. Es tut mir leid. Wir würden uns in Erinnerung bleiben. Und wir haben eine neue Beförderung. Moment, ich streich mal ganz kurz hier... ...den Uppu weg. Okay. Wenigstens haben wir mal Punkte bekommen. Was sagt denn jetzt... Wieso habe ich bitte minus 500 Punkte, wenn ich gerade 200 bekommen habe? Das verstehe ich jetzt aber wirklich nicht. Hm. Okay, wer wurde befördert? Die 20 ist ein Gefreiter. Die 8 ist ein Feldwebel. Und LST ist Hauptmann. Glückwunsch, Digga. Okay, dann wird die 20 zu... Game Styler. 8894. Willkommen im Team. Und... Ähm... Die... 8 wird zu... The Legend. 0900. Auch dir herzlich willkommen. Okay, ja. Es wird punkten. Das sieht jetzt natürlich nicht benommen als gut aus. Schweres Plasma ist durchschnittlich. Aber okay. Okay. Na gut. Ich sehe, die Zeit ist rum. Wir sehen uns gleich wieder. Ciao.